Die Wachtturm Wir müssen das herausfinden. Sobald mein Ring aufgeladen ist, bringe ich uns dorthin. Die Atlantis-Archive. Wenn dies eine veränderte Zeitlinie ist, finden wir dort vielleicht Aufzeichnungen, die belegen, was es ausgelöst hat. Falls es ein Atlantis gibt. Das sollten wir herausfinden. Wir beide sollten hier alles überprüfen. Ring, wo ist die nächste Ladebatterie? Das Gelände von Paris Aircraft in Coast City. Ah, wenigstens das hat sich nicht verändert. Verhaltet euch ruhig, ich bin sofort zurück. Wo, sagtest du, befindet sich die Batterie? Im Büro von Carol Ferris. Nächster Gang links, dritte Tür rechts. Es ist die vierte Tür. Ganz schön hartnäckig, was? Ich habe keine Angst vor euch Kindern. Und ob du das hast, ich kann es spüren. Raven? Cyborg? Das ist deine letzte Chance, die Amnestie des Hohen Rates zu akzeptieren, Weststroke. Um umerzogen zu werden in eurem Lager? Eine Marionette zu werden? Wie du? Der Boss ist großzügig. Ich werde es nicht. Die meisten Titans starben vor fünf Jahren im Metropolis. Ich hätte damit nichts zu tun. Egal. Du stehst trotzdem auf der falschen Seite des Gesetzes. Richte das deinem Boss aus. So läuft das hier also? Du bist also wieder grün? Hier stimmt etwas nicht. Das ist Herr Jordan, aber... Verschwinde. Das war's für euch. Bestimmt nicht unserer. Fühlst du seinen Schmerz? Noch nie. Wenn wir mit Destro fertig sind, sollten wir drei mal mit dem Hohen Rat reden. Genug. Wer auch immer ihr seid. Ihr steht unter Arrest. Sie wird mich wohl mit Sicherheit nicht mehr nerven. Wer ist dieser Hohen Rat, der dich in einen zweitklassigen Schurken verwandelt hat? Dir gebe ich gleich zweitklassig. Rede. Und zwar jetzt. Na gut. Reden wir über deine aktuellen Schwierigkeiten. Und wie ich diesen Kopf kreuz und quer schlage. Mein Kopf sitzt noch gerade. Verdammter Abschaum. Ihr wollt mich töten. Lass mich! Hey, ich gehöre nicht zu denen. Wer immer du sein magst. Sie kennen dich. Sie kriegen dich. Hast du den Mut, ihre Amnestie abzulehnen? Für wen arbeiten sie? Wer könnte solche Metas unter Kontrolle halten? Hel, bist du da? Hel! Wonder Woman? Du solltest lieber schnell hier kommen. Sinestro ist hier. Sinestro. Er greift Bewohner an die... Bin unterwegs. Ich muss meinen Ring aufladen. Dann werden wir eine kleine Reise machen. Ja! Es wird mir Spaß machen, Green Arrow erneut sterben zu sehen. Wonder Woman, Green Arrow, jetzt heilt Jordan? Das wird ja immer besser. Du amüsierst mich, Jordan! Die Unterdrückung deines Heimatplaneten reicht dir wohl nicht, Sinestro. Die eine Erderegierung ähnelt der Meinen auf Koru gar. Eine Allianz wäre nur logisch. Bis jetzt akzeptiere ich Menschen. Sogar Hell Jordan. Mein Doppelgänger ist auf deiner Seite. Wie alle, die leben wollen. Ich widerstehe der Gefangenschaft erneut. Alles klar? Hell! Ich wurde gerufen. Gehörst du zu Sinestrus Kor? Sinestro hat recht. Angst ist effektiver als Willenskraft. Du bist also von Grün zu Gelb gewechselt. Die Farbe der Feigheit. Ich stehe immer noch unter Befehl. Wie die Wächter. Ich bin sicher, dass sie stolz auf dich sind. Euchelei ist einfach, wenn man nicht weiß. Spar dir das. Zeit mir, auf die Fresse zu kommen. Hm. Das war surreal. Und etwas verstörend. Ah, dieses Gelb sticht ganz schön ins Auge. Wir müssen los. Verstecken sich vor der Polizei. Gibt's ja denn gar keine guten Jungs? Vielleicht ja doch. Noch nichts? Die Energiesignatur aus dem Park stimmt mit keiner aus der Datenbank überein. Warum nicht einfach auf der Frequenz der Signatur schwingen und ihnen folgen? Weil wir nicht wissen, ob sie an einen gefährlichen Ort führen. Oder überhaupt irgendwo hin. Nein, Superman hat recht. Es ist viel zu gefährlich. Schade, dass ich nicht schnell genug reagiert habe, um sie zu schnappen. Wir finden sie. Wir müssen einfach. Wir finden sie.